Was, bis ich sterbe. Mal gucken, wie ich bin heute schon. Wahrscheinlich schlecht. Aber. Boah, da hat er wirklich noch wieder. Oh nein, ich will es nicht kaufen. So, mal gucken, wie weit ich komme. Ich versuche, mich mal zu konzentrieren. Mal gucken, ob das klappt. Also 10.000 Minutes sind es auf jeden Fall. Das ist easy. 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 Das ist eigentlich gerade wie der größte Loser auf der Welt. Das ist easy. 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 ist doch komisch oder 2022 also wie lange die also für mich dauert die anderen jahre immer viel länger jetzt sind wir schon bei 2022 im september sieht man doch mal wie schnell die zeit vergeht